Sie sind seit 19 Jahren, und länger natürlich, aber seit 19 Jahren nennen Sie sich die Cousinen. Und natürlich war mein Lied nicht unüberlegt gewählt, weil Sie sind die Schlager-Kultband hier in Berlin. Von am Tag als Conny Kramer-Starr, Anita oder Wunder gibt es immer wieder. Bis dahin haben Sie diverseste Lieder gesungen und singen sie heute auch. Sie haben auch eigengeschriebene Lieder, die Sie selber komponieren und erarbeitet haben. Und Sie sind alle natürlich blond, so wie ich. Wir haben den gleichen Friseur. E365 ist die Marke. Das müsst ihr nicht wissen, Sie können Fritteusen wissen. Ein Donnerlin Applaus und ein großes Spektakel erwartet uns. 19 Jahre Cousinen hier zum 16. Parkfest im Treiluftkino. Friedrichshain, die Cousine! Hallo, Fritteusen! Applaus und ein großes Spektakel! Hallo, Fritteusen! Einen schönen guten Abend. Wer fragte nach Naturblond? Die Antwort ist alle. Kinder ein Stündchen schlagern? Okay, meine Damen. Husi. Das wäre jetzt dein Stichwort. Hör mal, ich komm doch mal. 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 Hör mal, ich komm doch mal.